willkommen zum zweiten update heute ich hatte ihnen eben schon was reingetan und es war so schnell leer leute so schnell konnte ich gar nicht filmen also brutal wie die essen die riesen und jetzt schon so viel leer vom ganzen eventuell wieder friere ich den recht ein oder gibt es halt irgendwie im kühlschrank auf ich weiß nicht wie lange das haltbar ist ist ja alles natur und ja mal gespannt wie sie sich jetzt voll mampfen und bis ich den nächsten schritt starten kann und ja ich wünsche euch auf jeden fall ein schönes wochenende und wenn der nächste schritt startet werde ich euch berichten oder falls es sonst etwas neues gibt in meiner zucht bis zum nächsten video eure chrissilein89 tschüss